Hey Leute, hier ist Onkel Doug mit Fellowshipofamartist.com, FOTM1 auf YouTube. Hey, ein guter Freund von mir, Larry King, nicht der berühmte Fernseh-Larry King, sondern der Stadtsäufer. Dann vor 30 Jahren wurde er radikal gerettet, kam zu Jesus, er spielte Bluegrass auf seiner Gitarre. Dann endete er seine Pläne für Jesus und die Leute kamen auf ihn zu und sagten, hey, ich habe gehört, du spielst jetzt christliche Musik. Der mürrische kleine Bursche sagte, ich spiele keine christliche Musik, ich singe nicht über Christen, ich mache Jesus-Musik. Was mich an christlicher Musik beunruhigt ist, dass es im Großteil davon wirklich um Christen geht. Ich werde geliebt, ich bin gesegnet, küsse, feuchte küsse wie ein Hurricane, ich bin im Königreich, ich bin was auch immer, ich bin der Sohn von wem auch immer. Das ist nicht wirklich preisen und anbeten, es preist uns. Seid vorsichtig, was ihr euch da anhört. That's not what you're listening to.